Oh, der Sonnenstand. Nicht mehr lang, da geht die Sonne runter. Da wird es wieder dunkel. Da wird es so leer. So ist das, dass ich eine Farbe die Fahrt wurde. Dann hat er die Fahrt geschlossen kann. Ja, wie war das schon wieder gegen? So... Gut, solange alles läuft, ist alles gut. Also ja, ich probiere nebenbei ein bisschen mit der Tastatur und so mit der Steuerung rum. Das war nämlich, wenn man die Leertaste gedrückt hält und dann mit links klickt, kann man scrollen und mit rechts klickt, kann man drehen. Was ich normalerweise mit VASD unter der Maustaste mache. Ihr wisst, wie ihr mich ärgern könnt, oder? Da einsammeln. Malm. Himm. 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 Vielen Dank. Ah, wieder einmal. Bestiol. Kannst ruhig das hier weghauen. Das sollte auch ein bisschen Stein geben, ja. Das meine ich mit dem Input-Lag. Ich habe Gong zweimal gesagt, er soll den hier ausgraben. Nö. Kein Bock. Jetzt gibt Hydra wieder zu viel aus. Ernsthaft. Ach ja, und die Sonne. Ist weg. Co-Up Moon ist übrigens erst da drüben. Die Sonne ist schnell untergegangen, als der Co-Up Moon gewandert ist. Ich glaube, die beiden sind auch mittlerweile out of sync oder so. Ich glaube, die Sonne ist sehr gut. Ich denke, das ist nichts anderes. Komm, Deimos, räum mir mal auf. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Dass ihr hier schon wieder so viel Stunk macht. Die Jungs beim Flat machen komische Sachen, die Jungs im Corby machen komische Sachen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ah, weißt du, es klappt. Ja. Genau, wir sind alle froh, wenn das hier fertig ist. Es wird ja zum Glück immer weniger. Ja. 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 Ah, das war mir noch klein. Ah, das war mir noch klein. Oh, das war doch alles falsch. Okay, macht nichts. Und dich ziehen wir gleich schon mal zu dem Tunnel ab. Dann freundliches Buddeln. Oh, das war doch. Oh, das sieht schon mal interessant aus. Das ist lustig, der schafft gerade Treppen aus dem Nichts. Oh, das ist lustig. Oh, das ist lustig. So, das Fett können wir wegmachen. Oh, er fängt jetzt an, von unten nach oben. Wollen wir uns zwei, da geht's etwas schneller. Steine haben wir eh genug. Jetzt machen sie von oben wieder weiter, oder wie? Und sie fangen wieder von unten an. Okay, einer ist jetzt unten, einer ist oben. Sie konnten sich einigen. Ja, können wir mal hier reinspicken und gucken, was er so treibt. Und sehen, dass der Tunnel nicht mehr lange braucht. Bis sie den Durchbruch haben. Jetzt kommt er wieder von oben. Ja, jetzt sind sie beide wieder oben. Okay. Und wir haben einen Durchbruch. Yay. Das heißt, der Tunnel ist fertig. Wir haben einen Weg nach oben und unten. Hey. Also einen zusätzlichen Weg. Scheint sogar zu funktionieren. Die Leute nehmen, also die Brickthorns nehmen den Tunnel. So, wir können in die Richtung verlängern. Also ja, so verhindere ich halt hauptsächlich, dass sie hinten rumgehen oder so. Oder komische Wege nehmen, in der Hoffnung, dass sie einfach hier den kurzen Tunnel nehmen. Achso, das ist nur Erde. Ich dachte, da fehlt schon wieder was. Aber nö, bis jetzt haben sie nur hier weggehauen. Gut. Hier können wir auch weiter. Ich hoffe, dass wir nach ihr gerät haben. Alles gut. Wir sind so bald. Ichuentzen, wenn du da jetzt nicht mehr, ist das steht. Warte mal. Und wenn du da bist, dann doch einfach sie schon noch nicht mehr. Ich hoffe dann, dass du da bist. Oh ja, das ist aber auch noch nicht. Oh ja, das ist auch immer. Ich hoffe,υann. Ich hoffe, dass du da bist. Okay. So, dann würde ich aber sagen, speichern wir hier an der Stelle mal wieder. Und dann machen wir hier einen kleinen Cut. Also, bis gleich.